So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke und wir präsentieren euch das Maskottchen für den Monat Januar. Ihr habt abgestimmt im Community-Tab und es ist natürlich Mosquito geworden. Ich habe die vier interessantesten Raid-Bosse im Januar rausgesucht und ihr habt eindeutig Mosquito gestimmt, für Mosquito gestimmt. Über 500 Stimmen waren das, glaube ich. Finde ich auch gut. Finde ich auch am coolsten. Habe ich halt nur nichts von. Ist ja nur da im Amerika-Raum vertreten. Dann wollen wir ganz kurz mal Infovideo machen zum Community-Day. Der nächste Community-Day kommt da jetzt nicht durcheinander. Der nächste Community-Day ist mit Bautz. Der ist schon an diesem Samstag. Kurze Auffrischung. Bautz, Samstag, Community-Day, 6. Januar, 14 bis 17 Uhr. Neu als Shiny da, könnt ihr mitnehmen. Jetzt wurde gestern Abend der Community-Day Classic angekündigt, der auch im Januar stattfindet. Nicht am 6., sondern am 20. Januar. Eigentlich wollte ich das erst gestern Abend noch machen, aber wir haben ja gestern Abend, also wir haben gestern ein Pokémon-Video gehabt. Wir haben dann die Premiere wieder gehabt. Dann habe ich gedacht, jetzt musst du noch das Event ankündigen und dann noch die Community-Day ankündigen. Das ist wieder 1000 Videos an einem Tag. Lässt es sein, machst du Mittwoch. Aber dann haben wir ja heute wieder zwei und dann noch abends was und dann gibt es auch kein Raider-Mittwoch, sondern Raider-Mittwoch am Donnerstag. Und es bringt meinen ganzen Upload-Plan wieder komplett durcheinander. Aber ich wollte euch nicht überfordern, deswegen, wenn ich nicht der Erste bin, es kommt trotzdem aber zur Vollständigkeit. Community-Day Classic im Januar. Aber Porygon ist meiner Meinung nach jetzt kein starkes, nützliches Pokémon, ist aber trotzdem Generation 1. Wer da noch keinen Shiny hat, kann dazugreifen. Ich ärgere mich jetzt ein bisschen, weil letztens habe ich geguckt, was bei Kando noch so fehlt und andere Sachen. Und gerade Porygon mit seinen Weiterentwicklungen hat mir gefehlt und habe ich mir dann immer getauscht. Jedes Mal einen Spezialtausch ausgegeben, um an Porygon zu kommen. Und jetzt kommt sowieso der Sea-Day, wo man das ganz leicht sich hätte einfach einmal durchentwickeln können, dass man dann auch die Pokédex-Einträge hat. So, Pokémon des Tages, Porygon, 14 bis 17 Uhr, Samstag, 20. Januar, erhöhte Shiny-Rate, wie immer, Porygon-Set. Bekommt die exklusive Attacke Triplette, das hat es ja beim letzten Mal auch schon bekommen. Kann sein, dass man damit in der GBL ein bisschen rumwühlt, aber... Glaube ich aber trotzdem nicht, weil das ist ja nur Attacke normal. Und ich glaube, Normal-Pokémon sind halt irgendwie das Nutzloseste, was es sowieso gibt auf der ganzen Welt. Ich habe damit noch nie was gemacht. Ich habe auch noch nie gesehen, dass jemand anderes was damit gemacht hat. Aber wer es noch nicht hat, der kann es ja trotzdem zur Vollständigkeit mitnehmen. Spezialforschung. Es gibt wieder natürlich dieses Sea-Day-Ticket, wo ihr für einen Dollar dann vier Seiden bekommt. Das finde ich immer klasse. Egal, ob das jetzt ein Normaler oder ein Classic ist. Den 1 Euro im Monat für Pokémon Go, fürs Hobby, sollte man übrig haben. Und es macht auch eben Spaß. Wir werden wieder unterwegs sein dann. Stream machen, 14 bis 15 Uhr, eine Stunde. Und Challenge machen, wer kriegt die meisten Shinies? Wer kriegt das Erste? Wer kriegt das Letzte vor 15 Uhr? In der Zeit werde ich dann live auf YouTube mit Pupsi zusammen auch dann die Forschung lösen, wenn ich die kriege. Ich selber kaufe sie mir ja nicht. Wenn sie jemand giftet, dann mache ich die natürlich und zeige das euch. Was gut ist, hier gibt es auch dreifache Fang-EP. Das heißt, wer jetzt noch ein paar Erfahrungspunkte braucht, kann dort gut leveln. Lockmodule halten drei Stunden, Rauch hält drei Stunden. Es gibt besondere Schnappschüsse. Ansonsten sind da nicht viele Boni dabei, weil es eben ein Classic ist. Der Classic war ja meistens so. Besondere Attacke und ein Bonus, der jetzt eben dreifache Fang-EP ist oder manchmal auch Brühdistanz oder Staub. Bei den normalen habt ihr immer noch diesen zusätzlichen Spezialtausch drin. Ihr habt immer noch diese erhöhten XL-Bonbons und weniger Staubkosten. Und da ist einfach mehr drin. Classic ist so, wie es damals war. Befristete Forschung. Eine befristete Forschung, für die ihr drei Upgrades und drei Sinusteine erhaltet, ist von 14 bis 19 Uhr verfügbar. Finde ich, wie gesagt, gut von der Yentic. Gerade wenn ein Pokémon drin ist, was bestimmte Items benötigt, um entwickelt zu werden. Ihr müsst die nicht ewig aufheben, dass ihr sie an so einem Tag dann nutzen könnt. Ihr kriegt an dem Tag sowieso von der Yentic welche hinterhergeworfen. Ihr habt also ein Ticket, was eine Spezialforschung ist, rechts bei Spezial. Und ihr habt im Heute-Tab dann diese befristete Forschung, wo ihr meistens hier einfach Fang-3-Porygon. Und dann kriegst du dann Sinustein, damit du dann auch die Endentwicklung durchführen kannst an dem Tag. Ohne Probleme. Feldforschungsaufgaben gibt es, wo ihr dann natürlich wieder euch Bälle und Begegnungen mit Porygon sichern könnt. Es wird Pogelstop-Showcases geben mit Porygon. Ist ja klar, während des Sea Days. Und dann gibt es Eventboxen, die ich immer ignoriere, auch gar nicht vorlese. Und irgendwelche Bundles im Webstore. Das ist alles gesagt. Ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben zu Porygon. Und freut ihr euch auf den Porygon Sea Day? Habt ihr Bock? Werdet ihr spielen? Oder ist das einer, wo ihr sagt, den lasse ich mal aus und mache Urlaub? Ich versuche einfach jeden mitzunehmen, weil ich gerne diese eine Stunde dann spazieren gehe und diese Challenge machen möchte, wer halt in der Stunde dann mehr kriegt. Auch wenn man danach alle Porygon und alle Shinies wegschmeißen kann, weil ich keinen Platz habe oder es nicht sammeln möchte, spiele ich trotzdem die eine Stunde einfach so als Unternehmung. So, wie sieht es bei euch aus? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, vorhaut euer Ramses. Denn wir müssen auch das neue Event ankündigen. Aber das dann im 15 Uhr Video. Bis zum nächsten Mal wieder.